Ich erinnere den Wildspiraten. Ich serve mit Freude. Energien der Lichter! Irgendwie finde ich das nicht so toll. Im Namen des Sovereignes! Ich glaube, ich muss neu starten, weil ohne Marktplatz habe ich keine Chance, bis ich genug Geld zusammen habe, den wieder zu bauen. Im Namen des Sovereignes! Im Namen des Sovereignes! Ich habe mich sehr konzentrieren müssen, Marktplatz und Schmiede abzuwenden und meine Basis zu sichern, bevor ich da noch mehr Helden hätte rufen sollen. Also, wir starten. Start Quest, machen wir es diesmal richtig. Ja, sieht okay aus. Ich serve mit Freude. Oh, der ist diesmal nur Level 15. Das heißt, die sind random. Da ist das erste Ancient Power. Oh? Sovereign! Your Marketplace now serves you better! Your Majesty! A new building is complete! Ah! 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 Offers new services Gotto Your marketplace now serves you better Majesty, the local blacksmith offers new services I know Your Majesty, a new building is complete I'm out of here Your Majesty, a new building is complete So, ne Wache Ich werde wahrscheinlich hier auch noch ein Guard-Haus hinbauen Your Highness, we've improved the Guard-Haus Your Majesty, a new building is complete Your Majesty, a new building is complete So Da hoffe ich mal, dass mein Ranger in Ruhe jetzt Erkunden gehen kann I serve you with pleasure Sovereign, a new building has been upgraded A new building is complete Unser Major ist schon wieder zurück in der Stadt Captain Goblins Your Highness, we've improved the Guard-Haus A new building is complete A new building is complete Hold your majesty You'll get my gold Da ist der Goblin Wade Da kommen sogar sehr viele Goblins Da ist der Semesta A new building Die Der Schicksal Der REM-Mächter Der Schicksal Der Schicksal Dramatische Der Schicksal Der Schicksal Solaria ist tot, also gleich eine neue. Oh ja. Sie haben die City Guard versteinert, bin etlich. Oh ja, die haut schon wieder die Ancient Barrels ein. Oh ja. Oh ja. Die eine Gorgon ist tot. Das Ding ist recht eingeprügelt schon. So, jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen. Wer zur Hölle hat dich eingeladen? Wie tapfer sich unsere Veteranen-Guard-Stadtwache ihm entgegenstellt. Das Ding ist recht eingeladen. Und der Beklaut da wieder. Und der Beklaut. Und der Beklaut. Und der Beklaut. Und der Beklaut. Ja, ich wäre froh, wenn ihr den Golem töten würdet. Soverein, ein Gebäude hat sich aufgeräumt. Ich habe gesagt, bloß meine Palastwache macht dem so viel Schaden. Ach, da ist noch eine Veteranen-Wache mit dabei. Also die beiden haben jetzt gut zu leveln. Das Ding ist nicht so viel Schaden. Und der Beklaut. Und der Beklaut. Und der Beklaut. Und der Beklaut. Halt! Noch ein Ancient Burrow, aber mit Stone Golems außenrum. Das ist auch nicht so. Ich wollte gerade sagen, der bettelt sich wieder tapfer. Ich bin aus hier. The unholy are near. Energies of light. The unholy are near. I serve with pleasure. I serve with pleasure. For your Golems. Na gut, solange die Golems so auseinander nehmen können, bin ich zufrieden. Und vor allem, solange die Golems nicht größere Probleme machen. vor den steinheinis fliehen sie alle in terror so da mein marktplatz ist schon bei level 3 ist und der zweite rolle im gerade das zeitliche ich habe jetzt gerade ein problem damit wo der dritte hin verschwunden ist ich bin mal gespannt was ok wieder über ein trolle so sie hat jetzt den healing spell durch den hohen of healing gekriegt so garthaus im prüfen auf geld wieder mal verlieren der kämpft gegen den trolle der kämpft gegen den troll so jetzt jetzt wäre ich wirklich glücklich drüber wenn ihr ordentlich exploren würdet unaufgedecktes gebiet ist da oben kumpel jetzt kauft der heil healing potions ich glaub's nicht aber gut magic bizarro ich serve mit pleasure und endlich mal eine aggrelle tempel ist zwar nur ein heiler aber es ist ein heiler das habe ich gehofft das interessiert mich nicht der kauft jetzt auch heiligen potions auch gut herr und die Wehe, du klopfst mir jetzt das Dwarven-Settlement zusammen.